Die Poa Anua steht in voller Blüte. Ach du meine, 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 meine Güte! Da, ich ahn nichts Böses und die Poa Anua haut schon ihre Samen raus. Die ist jetzt so rötlich geworden. Es ist kaum eine Woche her, dass ich gemäht habe. Und da sind die Samen der Poa Anua. Aufnehmen, aufnehmen, den Rasenschnitt. Ich habe einen völlig verseuchten Poa Anua Rasen. Also das Thema wird mich noch lange beschäftigen. Nach 90 Grad友. Um zu Hause zu erinnern, Aufnehmen, die Schöne zu erinnern, die index aufzunehmen. Drei, ich brauche den Tag. Da für mich auch, Ja, Flix, ihr fragt mich immer, was sollt ihr für einen Rasensame nehmen? Wenn ihr nachseht, solltet ihr einen Rasensamen nehmen, der möglichst schnell aufgeht, der schneller ist als die Poa Anua. Ich kann auch mal ein paar schöne Rasensamenmischungen in die Beschreibung reinpacken. Müsst ihr letztendlich selbst entscheiden, was habt ihr für einen Boden, was habt ihr für Lichtverhältnisse, was habt ihr für Wasserverhältnisse. Ich habe gelesen, auf Golfplätzen, vor allem auf den Grüns, gibt es bereits über 50% bereits, 50-75% Poa Anua. Also diese haben genauso Riesenprobleme. Ich habe jetzt den Rasen wieder ein bisschen rauswachsen lassen, damit die Poa Anua rauskommt. Jetzt haue ich wieder ein bisschen tiefer runter, um möglichst viele Blüten aufzusammeln, wegzuschneiden. Ja, da sieht der Rasen jetzt wieder ganz gut aus, aber ich habe einen Poa Anua dominierten Rasen. Das ist nicht das, was wir wollen. Da sind wir jetzt wieder. Ok, jetzt geht's. Schais, Poa Anua. Scheiß, 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 scheiß. Poa Anua. Scheiß, 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 scheiß. Poa Anua. Scheiß, scheiß, scheiß. Aja. Da geht's an. Das wird nichts. Ich stehe hier vor meinem Durchbruch. Ein Video, das ich vor längerer Zeit mal hochgeladen habe. Ich habe viel zu früh Rasensamen gesät. Vielleicht konnte ich es mir nicht abwarten. Das ist das Ergebnis. Ein spitteliger, überhaupt nicht dichter Rasen. Eine spittelige Nachsaat, die noch nicht richtig hochgekommen ist. Aber was hier wie blöde wächst, ist die Poa Anua. Es ist unfassbar, wie viel Poa Anua ich schon aus dieser Fläche rausgezupft habe. Und ich möchte es jetzt endlich mal hinkriegen. Ich möchte mal versuchen, diese Fläche Poa Anua frei zu halten. Und wenn ich hier zehnmal nachsehe und ob wir das schaffen, kriegen wir diese Fläche Poa Anua frei. Das ist alles Poa Anua. Das ist ja unglaublich, ey. Ich frage mich wirklich, ob überhaupt eins dieser Hämmchen keine Poa Anua ist. Das ist unglaublich. Das habe ich alles aus dieser Fläche rausgepult. Wenn ich so weitermache, ist da bald überhaupt kein Gras mehr. Da liegen noch ganz viele Samenkörner drin. Aber die sind alle noch nicht aufgelaufen. Und ich zupfe da permanent die Poa Anua raus. So ein Berg Poa Anua. Das gibt es doch gar nicht. Hier, überall. Wo du auch hingreifst. Ja, ich habe mir schon überlegt, also in meiner großen Rasenfläche, ich werde mich nochmal richtig schlau lesen, wie kann man die Poa Anua kultivieren? Wir drehen jetzt den Spieß mal um. Warum nicht mal schauen, dass wir auch die Poa Anua richtig schön hinkriegen? Das Hauptproblem ist das Blühen. Also das Blühen sieht halt nicht so schön aus. Und das zweite Problem ist, dass die Poa Anua so auseinanderspreizt. So nur in die Breite geht und nicht gerade hoch wächst. Also sie ist so ein ganz wild wachsendes Gras. Das macht den Rasen natürlich relativ schnell dicht, auch relativ schnell filzig. Ich hätte ja gern so ein Gras, das so ein bisschen gerade hoch steht. Aber das ist die Poa Anua nicht. Wir schauen mal, was wir jetzt machen. Also die Poa Anua braucht viel Wasser. Die Poa Anua braucht viel Stickstoff, viel Dünger. Aber es ist halt eben eigentlich die Gras-Sorte, die ich zumindest nicht haben möchte. Ich meine, andere stört das nicht so sehr, finde ich auch gut, dass man nicht so viel Kopf drum macht. Aber hier in jeder Ritze drin, egal wo du hingreifst, egal wo man hingreift, immer die Poa Anua. Dieses Gras ist unglaublich. Und diese Gras-Samen, ihr habt das ja eben gesehen auf dem Rasen, diese Gras-Samen sind so klein, so fitzelig und wachsen überall an. Unglaubliche Pflanze. Ja Freaks, das ist soweit zur Poa Anua. Das ist soweit zu dem blühenden Rasen des Rasenfreaks. Danke fürs Zuschauen, bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Das ist soweit zu dem Blühenden Rasen.